Der Künstlerkreis Spektrum 88 eröffnete bei passendem Pfingstwetter am 16. Mai seine Sommergalerie 2015 mit der Ausstellung Erotik. Ausstellungsraum ist das Kunstmeisterhaus in Rheine-Bendlage. Der Kulturpreisträger 1998 der Stadt Rheine hat hier 2007 sein neues Domizil gefunden. Hier präsentieren die Mitglieder des Künstlerkreises ihre Werke zu einem Thema, das schon seit Menschengedenken nicht nur Maler und Bildhauer immer wieder neu inspirierte. Unterschiedliche Sichtweisen und Maltechniken, Skulpturen und Gestaltungsweisen geben einen interessanten Einblick über die Umsetzung der erotischen Gedanken. Schon jetzt darf man gespannt sein auf weitere Ausstellungen im Rahmen der Sommergalerie 2015. Untertitelung des ZDF für funk, 2017